Auf Ihrer Reise von A nach B verlassen Sie sich auf Ihre Augen. Doch vieles von dem, was für sichere und freie Fahrt im Tunnel sorgt, ist für die Augen gar nicht sichtbar. Ein Tunnel ist das nahtlose Zusammenspiel zwischen allen Teilsystemen und Technologien. Für Rundumschutz von Ein- bis Ausfahrt. Als Herz der vernetzten Tunnelsysteme ermöglicht die Siemens Tunnelleitzentrale die zuverlässige Steuerung des gesamten Tunnelbetriebs. Im Brandfall schützt sie mit intelligenten Maßnahmen die Menschen. Im Tunnel und außerhalb. Bitte verlassen Sie Ihr Fahrzeug und begegnen Sie sich zu nächstgelegenen Ausgaben. Bei Stromausfall reagiert sie augenblicklich, sodass sie Licht, Luft und Kommunikation für eine angenehme Weiterfahrt haben. Zwischenfälle im Tunnel verlieren Ihren Schrecken, da sich alle informiert und sicher fühlen können. Und schon sehen Sie das Ende des Tunnels. Nicht sehen, aber spüren können Sie, dass Siemens dank über 500 Kilometer Tunnelerfahrung weltweit viel mehr bietet als technische Unterstützung. Nämlich eine Komplettlösung für Tunnelbetreiber. Das geht bis zur Anbindung mehrerer Tunnel an eine Leitzentrale. Freie und sichere Fahrt dank Tunnellösungen von Siemens. Siemens. Ingenuity for life.